Hallo und fröhliche Weihnachten! Hier ist mein Weihnachtsgeschenk für euch, und zwar der Anfang der Staffel 2 von Apokalyptica Story. Da habe ich jetzt, wenn man zusammenrechnet, insgesamt 13 bis 14 Stunden drangesessen und ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ihr müsst wie immer auf den Link klicken, dann gelangt ihr zum Video auf dem TGN-Kanal. Ich wünsche euch wie gesagt viel Spaß und ja, fröhliche Weihnachten auch euch allen. Lasst euch schön beschenken und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!